Musik Jo Leute, hallo und herzlich willkommen hier! Zu einer weiteren Folge von Warface mit Futur Juuuuh! Einsatz gefunden! Gepasst! Wir entfalten diesmal! Und wir spielen natürlich wieder Zerstörung, mal wieder auf Lighthouse Kann man sich erinnern? Leider Leider? An der Map wollten wir nicht so das sehen Äh Geht Ich versteh immer noch die Modus nicht ganz, weil... Ich auch nicht ganz Aber... Fick dich jetzt mit dem Geer weg und gut das Wenn meine Prüfungen rum sind, kommt ein neues Let's Play von mir raus So? Auf das Ding Ja, World of Warships Nee, nicht spoilern hier Doch, ich will das Ding, ich will die Deutschen World of Warships, was ist da mit, ey? Mit Banking Geil Ja, ist vielleicht cool, aber das ist Banking Beziele einen Luftangriff auf die Feindlicht Große Spanking Geil, ich will Spanking Nein Ach Nein Blendezeitern Nein Blendezeitern Blendezeitern hast du wenigstens ne Chance gegen Banker Bei World of Warships, kannst du schon gegen Banker Wir haben Kommandoposten erobert Wir haben Kommandoposten erobert Natürlich, Markus Ihr habt doch Haben wir das Luftangriff anfordern, haben wir jetzt den Punkt oder nicht? Ne, wir haben den Punkt Verteidigen Weil euch detaktivieren, ne? Wir haben den Punkt Ja, ich habe ihn gehabt Du hast ihn gehabt Wir haben ihn noch Aber nicht mehr lange Wir haben Kommandoposten erobert Aha Leggings Warum sitzt einer? Weg Weg Geh doch Weg Warum stirbt ihr nicht? Junge Ich kann aber euch nicht sterben Alter, warst du das? Ja, das war ich Ich habe sie für mich ausgehalten Alter, hast du da hingesteckt? Ich habe das Hallo Magazin in der Na gut, ich habe die Hilfe daneben gesetzt, aber Ja, gut, ne? Ja, gut, ne? Machen wir erstmal den Sniper da oben weg Nein Warte, hier kämpft einer Nicht mehr Und man kann ja sogar eure Schilder oben gehen Wie geil ist das denn? Halt auf, wenn ich euch in den Rücken schieße Ja, Black-Screen Machen wir gekillt Was ich mich selbst mit der Granate gekillt, scheiße Ich habe einen Black-Screen gehabt Ich habe jetzt so schön eure Stellung umgegangen Ohhhh Drei Leute mit Green-Aid Oh, Markus Der macht Finger, du Ganz schlimmer, du Bin ich Ein schlimmer Finger Oh, wieder ein Kill Und da hängt er noch Oh, ein Sniper hier ist mal weggemacht Und Spast Boah, jetzt kommt der nächste da hoch Alle haben die Idee, wo ich auch hab, wenn ich sie hab Ah, wir holen euch ein Ah Da hat ihm geschossen, ey So eine Scheiße hier Kann nicht rutschen Ja Ja, ist klar, wo kommt der Schaden her? Weiß nicht Loll Ja, natürlich Ich weiß, dass du da bist, aber du kannst mich hier töten Pink Verkaufst du das Pinger da? Alter, lecktes Mann Alter, lecktes Mann Unser Kommandoposten wurde zerstört Ja, ich werde mal Gas geben und gewinnen Ich darf mich jetzt nicht hoch zu gucken, ich glaube da war gerade ein Flugzeug aber Mann Arsch Ich bin nicht gestorben Ich bin nicht gestorben Natürlich bin ich nicht gestorben Du bist gestorben Und ich guck Du wirst schon gecampt da Da darfst du halt nicht zu lange campen, wenn jemand weiß, dass du da bist dann Ja klar Was, er hat mich durch die Wand geschossen Alles klar Jetzt da ist auch einen Mann mehr, das ist richtig schwul Wui Jungs Auah S Stern die nicht Ja Ja Ist klar, der stirbt auch nicht die kann das ganze Magazin reinjagen was hast du das ja natürlich aua aua wieder leg immer legs blitzschirm schwarz anscheinend erstellt an der helikopter irgendwelche ziele wenn sie die bars haben ja aber was für ziele wo und wie hab ich keine ahnung das ist ein ganz gewinnerteam ja habe ich einen geholt ja blackflame design du bist einer der besten bei euch im team ja das ist traurig das ist weiter 14 16 liegt versperrt der füc boah kommt der da reingesprungen macht ihr den flattermann jetzt ruß jetzt habt das erobert in den letzten 10 sekunden jetzt kriege ich wieder ein leck ich bin dann 10 kilometer weit davon ich glaube wir haben gewonnen stirb da positive kd haben NEIN das wird zerstört du arsch gabst du mir das jetzt was in der letzten sekunde nochmal positive kd zerstört tja nur helfen alle alle nein 11 12 nein man ach man oh man jetzt schön war's lustig war's ja die war einfach scheiß ne der eine hat einfach mal ne 4,7 natürlich ja mit so war übis OP überleg mal er hat nur 30$ mehr gekriegt als ich tja scheiße klopfen 40 EP mehr und 40 HP mehr naja aber ich würde sagen das war es auch wieder für heute ja wir sehen uns das nächste mal zu warface oder auch irgendwas anderes ich sage dann bis dann tschüss tschüss